die mensch ist wieder da und ich aber dass der wieder zuguckt hallo erst mal an ihnen ich versuche es aber nicht wieder englisch zu sprechen das geht eh nur schief nämlich dass er noch um diese zeit auf ist so die band einmal bitte und nein ich hätte gerne noch einmal anderen ausrüstungsgegenstand ja nein 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 ist gut ich will kein menschen ich koste das eigentlich 30 da ich die code hätte ich gerne danke so nein okay so dann geht man das mir eben kurz dem herrn weil na so und dass die dati code geben auch einer so ist jetzt nur im kurs nach gucken 94 ok und da die bands und da die code so jetzt 142 nicht schlecht ok das heißt jetzt erst mal wieder zurück nach valentine teleport valentine bitte und dann zum berg geht es langsam aber sicher und ins finale über meine lieben leute finale 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 oh mein gott fehlen nur noch zwei melodie dann haben wir das spiel durch ein alter mann go is it the harbour first i really mean it ach nee nicht unbedingt die die dingen was gab es dann noch mal irgendwas draufsteig was er nicht mehr ich glaube das war nichts so wichtiges von daher ich hoffe der level reicht aus nicht mehr unterwegs noch ein bisschen aber gegner und bürfel ich kann falsch gelaufen oder was 150 ap einfach mal abgezogen alter 15 ist auch nicht schlecht aber weine einfach dann wieder happy das vorspulen bitte danke 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 carol stopt schon wieder fast oh man die 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 ich jetzt gerade zum sumpf zurück oder wie sich das nee okay ja mir ach das ist der okay stopt boy if you ever get hurt it's not much but i have food medicine and some beds okay okay das ist noch irgendwas nee hier ist nur betten okay die die ach so also kids what you need medicine here you go medicine ach hier mal kostenlos medizin oder was kann man sich hier echt unendlich auftun ja wie geil kostenlos hp ach da gebe sie erst mal nein 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 ja weiner frisst aus und sleep ok doke good night so kann ich auch mal speichern nein 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 not saving no saving an halt so selbst days von der win und so ne da oben ist nix jetzt wirds richtig ist das ganze höhen ach du 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 die fische liga verkiften nein ich hasse die höhlen auch wenn die musik geil ist aber geschenk wir haben gibt 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 ach gott hier gibt es ja die stärksten waffen muss ich auch noch hier wirklich durch los damen auf erp ist ich bitte okay so stark ist er doch nicht was hat er denn gelernt er wird darum bitte okay finde ich gut die fans glaube ich nicht ausgesprochen konnte ich hasse diese hüllen davon läuft man sich so leicht derbe misst hier ist es bald der fixe dann schon danken dankens factory best frei pan ich glaube nicht dass ich so schnell finde geil es ist echt mal cool warum man nicht einfach laufen kann oder so naja die die was gibt es nicht um diese felsen glocken mich immer ja ja ist gut los namen hier ein hit von weiter oder bis weg zum 1168 bei bei waschen mit der blusamen die 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 was haben wir denn hier sie ist da ohne er bis als uns die die ist eislohn das richtige ich will die waffen haben die waffen haben die katana und die waffe für 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 klaus für ninten hier dafür für ninten haben die stärkste auch wenn ich jetzt wieder herum und werde wissen geht nicht mehr aber was soll es ich will die waffen haben diese diese gänge die sind so verworren da hängt man immer fest so was haben wir denn hier 105 ok 105 offens was hast du denn jetzt einmal medizin gilf karl so gut karl hanks bad gift klaus besonders und ich finde die beschreibung im vor spektakulare mein englisch bad if the auto club of famous at least at least at least at least keine ahnung falsch ist inventar so 105 hat er vorher was hat er denn jetzt 121 ja außer nicht ganz rein wie weiter aber zwei plus damen okay jetzt können wir mal testen wie viel schaden heranort weil 32 ist okay wie im eifer geht damit weg aua es tut weh es tut doch weh 64 schaden weil da warum ist man damit der schnellste speed 75 52 warum ist denn der so schnell haut rein ohne ende und ist am schnellsten okay damit die katana fehlt ja noch das heißt wir können noch nicht raus das heißt wir würden das katana und holen oder wie das in der version heißt die ttpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp meyer dass du dich einfach töten bitte bitte tötet das einfach nur ach sie hat schon max api ok ein weiteres verschwendung naja egal ja ne ist klar ich hasse dich du misst die kürzelt erst tötet es macht es tot los verdammt apg noch in ordnung aber tötet es ja ist klar nieder die hier machen besten auch hier keine ahnung pkp omega 12 1350 oder so keine ahnung auch norden halt die fresse scheiß antivirus auf dem ich nahe noch hier war schon ja toll bei uns gegen dieses blöde viel gekämpft weil ich hier schon heute auf die karte zurück sorry egal schon mehr verwirrt ich bin stark irgendwie obwohl ich eigentlich gar nicht so stark bin ich habe das gefühl dass das meine ach das geschenk daher genau das weil das xp kauf irgendwie nicht geändert worden ist weil die anderen brauchen so wenig relativ wenig erfahrungspunkte bis zum nächsten level aber weil er schreckschicht handy braucht ewig zum level der hat bisher auch noch ein im werk bekommen wo die anderen bei den anderen das irgendwann auch und ich glaube ich auch schon ein bisschen im kreis oder kann sein dass ich schon mehr im kreis laufe ein ohr tut wie das hätte das drückt langsam auf dem ohr wo geht's denn hier lang ich will zu dem geschenk ich will das katana für für weiner schreckstrich teddy was haben wir hier wozu brauchen die bombe ich hab dingens gar nicht ich hab leute jetzt gleich in der party ach der weise halt und da können die eine karakter auch pumpen werfen wenn man testen zu viele wege alter vergessen überall an bitte habe ich gerade schwer im kreis ja ja ich so gut ist ja gut ja kommen wir wenn ich auf den keks sterben bitte einfach nur sterben ja danke geht doch so wird dieser blöde scheiß macht leute ich drehe noch durch wo ist diese waffe da geht doch oder ist das ja warum medizin geil diese blöde scheiß waffe wo ist die ja ich weiß der stirbt doch sowieso bald aber trotzdem also für die leute die das spiel kennen ich habe gar gespoilert was soll es außer scherz aber das war halt sowieso keiner alle kennen meinen abonnenten hier war ich auch schon einmal ich laufe im kreis ich auf effektiv nur im kreis gerade ich kann ja wo ich hier lang soll wo sie sind für die waffe hat das sieht ja auch alles gleich aus ich war hier doch schon mensch am märz hier zu benutzen nimmt auch nicht weil wie gesagt hier sieht alles gleich aus da drüben der weg sieht aus wie der hier wieder gott verdammt du scheiß weg ja ist ja gut auch drei plus damen geht mir geht weg 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 danke danke ist uns ein positives hat dieser kampf jetzt vier stunden ans team und spielbar durch ok aber trotzdem ja ja sehr gut weg 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 level abgleich level abgleich mehr aus mess und so weiter und glaube ich